Hallo liebe Studentin, hallo lieber Student, jetzt behandeln wir die Struktur etwas dient zu etwas oder auch etwas dient als etwas zu, zu stativ, also zu etwas oder als etwas mit Akkusativ. Nummer 1, dieser Wald dient zur Erforschung des Urwalds. Nummer 2, das Fahrrad dient zur umweltfreundlichen Fortbewegung. Nummer 3, der Computer, der PC oder heute Laptop oder sonst andere Geräte, dient uns zur Beschleunigung komplexer Arbeitsvorgänge. Nummer 4, das Internet dient uns zur schnelleren Informationsbeschaffung. Wir machen die Übung auch ein bisschen anders und zwar mit Nebensatz und Infinitivkonstruktion. Also wir transformieren grammatikalisch in den Nebensatz oder in die Infinitivkonstruktion in unserer einigen nächsten Videolesungen. Dankeschön.